Innovative und stabile IT-Lösungen sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Rosenberger Gruppe. Die Abteilung IT-Services stellt durch leistungsfähige Systeme und engagierte Mitarbeiter die Effizienz der Geschäftsprozesse sicher. Hallo, mein Name ist Stefan Dechernsreiter und ich bin seit zwei Monaten bei der Firma Rosenberger. Als ERP-Application Manager sorge ich für den reibungslosen und operativen Betrieb unseres ERP-Systems innerhalb der Rosenberger Gruppe. Das ERP-System bildet unsere gesamte Wertschöpfungskette ab. Wir steuern und optimieren damit alle unsere Prozesse, von der Produktherstellung zum Finanzwesen bis hin zum Kundenmanagement. Mit den Fachabteilungen unterhalte ich mich über das Anforderungs- und Changemanagement und unterstütze mit meiner Expertise den Second- und Third-Level-Support in allen ERP-Belangen. Zusätzlich implementiere ich mit den Systemlieferanten die neuen Anforderungen und koordiniere den Test- und Produktionsrollout. Meine Arbeit bei Rosenberger fordert mich sehr, da ich täglich mit neuen Themen konfrontiert werde und mich mit den internationalen Töchterunternehmen austauschen kann. Auf meine Kollegen kann ich mich stets verlassen und auch auf das konstruktive Teamwork mit anderen Abteilungen kann ich stets bauen. Werde ein Teil unseres Teams. In unserer täglichen Arbeit verbinden wir IT und Prozesskompetenz, Leidenschaft und Spaß.